Du lebst heute von Psychedelika, sag ich mal. Das ist so dein, das ist eine große Passion von dir. Und war das in den letzten Jahren für dich immer klar? War das für dich immer so, ja, ich möchte mit Psychedelika arbeiten, das ist mein Ding? Oder war es eher so eine Hoffnung oder, ja, ist schon interessant? Ich habe mir da ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht. Also, ich habe relativ lange Philosophie studiert, habe mich mit den Themen auseinandergesetzt, die mich interessiert haben. Und das Thema Psychedelika, psychedelische Erfahrung, Umgang damit, ist immer das Thema gewesen, was mich seit, ich würde sagen, ja, 14 Jahren ungefähr, seitdem ich meine erste Erfahrung hatte, am tiefsten begleitet hat. Das, was mir am wichtigsten gewesen ist. Warum nimmst du euch mit 14 Psychedelika? Mit 17. Ach, mit 17. Seit 14, ja, ich bin jetzt einleitend. Ach so. Ich hatte schon mal jemanden auf dem Podcast, der hat mit 11 LSD genommen. Der ist heute Arzt. Lass ich jetzt mal so stehen, einfach. Oh, entschuldige, jetzt habe ich dich rausgebracht. Psychedelika, du wolltest es nicht unbedingt, also, es kam halt einfach so. Du hast es nicht geplant und darüber nachgedacht. Ja, es ist, mir war es schon klar, ich möchte gerne irgendwie was dazu beitragen. Also, ich fand es für mich, ich habe es einen absoluten Skandal erlebt, dass wir uns als aufgeklärte Gesellschaft verstehen und die selbstgewählte Erweiterung unseres Bewusstseins kriminalisiert ist. Und, finde ich, ja, fehlen mir die Worte, fehlen mir heute noch die Worte, von denen ich es absolut nicht verstehen kann, weil es mir auch manchmal zeigt, wie, also, wie, in was für einem Zustand wir teilweise noch leben in unserer Gesellschaft. Wir sind jetzt hier eine entwickelte Gesellschaft, bla, bla, bla. Das sieht man hier in diesem Space, hier ist alles so, was hat sich nochmal gesagt? Nice one. Nice one. Ja, also, so, what are we doing here? Ja, wir sind so ganz geschäftig und jeder kann so leben, wie er will, bla, bla, bla. Scheiß. Wenn ich nicht mal über, darüber bestimmen darf, welchen Bewusstseinszustandsveränderungen ich für mich in meinem Leben wähle, wie frei sind wir dann als Gesellschaft? So, frei genug. Das war auf jeden Fall für mich so ein Stachel, ja. Da werde ich auf jeden Fall. Dieser Timothy Leary dann quasi so. Scheiße. Den, da war mir ganz klar, das ist für mich ein Lebensthema, so. Das ist für mich nicht zu akzeptieren. Und, ja, aber ich habe dann nicht gedacht, so, ich muss da jetzt irgendwie was draus machen oder so, sondern der erste Impuls war eigentlich ein, okay, ich habe Lust, eben genau daran zu arbeiten, dass wir auf eine sichere, legale, gute Art und Weise eigentlich eine Kultur, nicht Untergrund, sondern für alle Menschen zugänglich etablieren, entwickeln, gemeinsam, in der das auch Teil unserer Gesellschaft sein kann und die auch verändern kann. Und da ging es für mich eigentlich erstmal los, so mich zu engagieren und gemeinsam mit ein paar anderen Leuten ein Integrationsprogramm zu entwickeln. Das haben wir 2017, 2018 begonnen und das war so aus einem, aus so einer freiwilligen Basis. Ich habe einfach, ich hatte Bock drauf, habe das leidenschaftlich gemacht. Es war spannend dafür, auch so ein bisschen rumzureisen am Saddam und Breaking Convention auf die ganzen Konferenzen zu connecten und alles. Und ja, daraus hat sich dann einfach das entwickelt, dass wir gemeinsam ein Workshop-Format entwickelt haben und das hat sich dann immer weiter, ja, es gab gute Resonanzen, das hat mir super viel Spaß gemacht und dann ist eigentlich auch so ein Passion-Project dann daraus entstanden, dass ich da auch eine Weile bei der Mindfoundation ja dann gearbeitet habe. Also das ist dann später daraus entstanden und da, ja, noch ganz viele weitere Erfahrungen in dem Bereich machen konnte. Ich habe noch einen Online-Kurs zu dem Thema entwickelt und habe Ärzte, Psychotherapeutinnen weitergebildet und ja, das hat sich alles so entwickelt, aber es hat sich, glaube ich, dadurch entwickelt, dass ich gesagt habe, ich habe Bock drauf, ich bleibe daran. Es war auch so, eigentlich am Anfang des Projekts, ja, wir sind eigentlich schon jetzt irgendwie, sind schon zehn Leute, die sich dafür interessieren. Da habe ich gesagt, nee, ich habe Bock, ich bin auch am Start. Und das war mein Commitment. Mein Commitment war nicht, ich will daraus jetzt meine Karriere aufbauen, sondern ich will dazu beitragen. Und daraus hat sich dann alles weitere bis zum heutigen Tage entwickelt. Ja, finde ich auch meistens so in diesem Bereich. Man stolpert irgendwie rein. Ich habe gestern auch mit da einmal gesprochen, habe ich auch so gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das alles passiert ist. Ich wollte einfach nur YouTube-Videos machen. Und das hört sich jetzt bei dir auch so an. Einfach, ich habe Bock irgendwie auf das Projekt, das fühlt sich super richtig an. Wenn ich jetzt es nicht machen würde, dann würde ich gegen mich selbst handeln. Dann würde ich irgendwie nicht meiner Intuition folgen. Und wenn wir das machen, wenn wir einfach wirklich das machen, was sich richtig anfühlt, dann entsteht meistens auch was Gutes draus. Genau, das denke ich auch. Das denke ich auch. Und ja, dafür braucht es halt eine gute Basis, einen guten Grund sozusagen. Wenn es, auch wenn das jetzt vielleicht abgedroschen klingt, ich finde es nicht abgedroschen, wenn es aus dem Herzen kommt, wenn ich sozusagen dastehen kann und ich spüre für mich, das ist richtig, das auf diese Art und Weise zu tun, dann go for it. Wie war das dann so in diesen Jahren bei Mind Foundation? Hat es sich angefühlt wie so eine, also wie hast du dich gefühlt? War das wie so, wir sind jetzt die Pioniere? Oder hast du viel Sinnhaftigkeit gespürt? Oder was waren so Gefühle in dieser Zeit? Ja, es war schon ein Weg, der sich auch sehr unterschiedlich entwickelt hat. Also am Anfang war es so, das war so, wir waren alle da freiwillig am Start, wir hatten Bock drauf, es gab die Mind Foundation noch gar nicht, das war eigentlich so ein Name, aber es war noch nicht gegründet und dann haben wir das gemeinsam entwickelt, diesen Workshop und angeboten und ich habe spannende Leute kennengelernt, dann sind wir in Amsterdam zum Beispiel Vorträge gemacht bei Psychedelic Societies und sowas und das war total geil. Es hat total viel Spaß gemacht, ich bin da am Connecten gewesen und habe spannende Leute kennengelernt, die Workshops zu machen und zu entwickeln vor allen Dingen, war, ja ich weiß nicht, ob Pioniergeist, also zu dem Zeitpunkt war das Integration jetzt noch nicht so präsent, wie es jetzt wieder ist, aber insgesamt muss man auch sagen, in den letzten fünf Jahren, was da in der psychedelischen Renaissance abgegangen ist, ist ja auch einfach krass. Also es sind jetzt fünf Jahre, würde ich sagen, wo ich wirklich meinen Hauptteil meiner Aufmerksamkeit und Energie in diesem Bereich auch beruflich habe und was da schon alles passiert ist, ist einfach krass. Um nochmal kurz ein bisschen weiter darauf einzugehen, also ja, ich würde sagen, am meisten Freude, Begeisterung habe ich eigentlich in der Phase erlebt, in der das alles so, ja schon irgendwo pionierhaft war, wir ausprobiert haben und so und es auch diesen Community-Aspekt hatte. Und klar hat es dann auch Spaß gemacht, auf wissenschaftlichen Konferenzen Vorträge zu halten und so, das macht auch Spaß, weil du da, aber auch aufgrund dessen, weil du dann in Verbindung treten kannst, ja, dich über Ideen austauschen kannst und so weiter und so fort. Aber ich habe schon gemerkt, dass das nicht so hundertprozentig meine Welt ist. Also die Mind Foundation ist ja sehr wissenschaftlich orientiert und sind ja auch mit bei der ersten Psylozibin-gegen-Depressionen-Studie involviert und so weiter und so fort. Und was ich aber halt dann irgendwann gemerkt habe, ist, dass sozusagen dieses ganze Umfeld, was sehr medizinisch, wissenschaftlich geprägt ist, auch eine gewisse, die Strukturen, die da vorhanden sind, auch dann drüber geschwappt sind, was für mich dann nicht mehr so richtig stimmig war. Also ich lebe super gerne halt so dieses, komm, wir kreieren was gemeinsam. Wir machen das irgendwie zusammen. Und es geht auch um Verbindung. Und ich will auch als Mensch mit meinen Gefühlen und allem authentisch da sein können. Und ja, irgendwann hat sich das für mich einfach auch da noch nicht mehr so richtig stimmig angefühlt, irgendwie in Berlin in so einem Büro zu sitzen, den ganzen Tag vorm Bildschirm. Und ich habe zwar dann auch immer noch viele Workshops gemacht, aber ich habe gemerkt, das ist doch eigentlich das, wo ich Bock drauf habe. Ich habe Bock, mit Menschen zu connecten. Ich habe Bock, Räume zu kreieren, die ja emotional sicher sind, in denen transformative Erfahrungen passieren können. Und ja, die sozusagen dieses ganze so repräsentative, was ja auch manchmal diese ganze wissenschaftliche, diese wissenschaftliche Sphäre mit sich bringt. Kann ich spielen, das Spiel, interessiert mich aber nicht in meinem Herzen so. Ich habe Bock, ein bisschen mehr zu wagen. Ich will echt sein. Ich will aus dem heraus leben, wie aus meinen eigenen Überzeugungen heraus. Und genau, dann war es einfach irgendwann an einem Punkt so, dass meine Überzeugung und mein, wie ich mich da gefühlt habe, nicht mehr so war. Es war dann halt nicht mehr so ein Full-Body-Yes, sondern ich habe gemerkt, es war dann irgendwann Full-Body-No. Und dann ging für mich das Kapitel zu Ende. Was, ja, ich bin total dankbar, was ich da alles erlebt habe, welche Menschen ich kennengelernt habe und so. Und welche Erfahrungen ich mitnehmen konnte. Und bin auch sehr froh, dass ich jetzt in einem anderen Kontext unterwegs bin. Das ist auch, ja, so ist es für mich. Das ist auch, ja, so ist es für mich.